Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archi Gaming, heute hier exklusiv auf dem Clip Channel, denn ich dachte, es ist Team of Deer Zeit und wir gehen rein in die Top-Partien-Packs und diese 5 Trailer-Packs, ja, ihr wisst Bescheid, die empfehle ich euch natürlich zu machen und wir wollen jetzt gemeinsam reinschauen, ja, lohnt sich denn das Ganze und können ja vielleicht sogar ein Team of Deer daraus ziehen. Aktuell die Stürmer in den Packs, wo ich das Ganze gerade aufnehme und was gibt's Besseres als 5 Trailer-Packs zum Team of Deer, deshalb heute extrem, äh, ja, äh, selten sozusagen, äh, für euch, äh, ja, unique sozusagen für euch, für den Channel hier, die Tradable Top-Partien-Packs. Lasst also gerne Liebe da, falls ihr das Ganze feiert und wir starten direkt mit dem Team of the Week! So muss es sein! Es ist ein 83er Robatone, ey! Die Robat-Tone! Let's go! Oh, also es ist kein Team of the Year, natürlich nicht, aber das ist doch schon mal sehr, sehr nice! Guckt mal an, guckt mal an! Das ist das Wunderschöne an dieser ganzen Geschichte und deshalb gehen wir jetzt rein in die anderen Trailable Packs, unter anderem ein Priok-Gold-Pack mit dabei, drei seltene, man weiß es nicht, man weiß es nie! Man weiß nicht, was bei rumkommt, falls ihr natürlich eure Sets schon aufgemacht habt, dann natürlich gerne wissen lassen in den Kommentaren, wie es aussah und hier bekommen wir bonusmäßig noch 1000 Münzen on top! Das ist doch schon mal nice! Und drei, das ist alles, ja, drei Premier League-Spieler! Als wäre es gewollt, sehr, sehr nice! Balotelli, der sich noch drin versteckt, zwei von fünf Sets abgehakt! So, hier haben wir ein Premium-Gold-Spieler-Pack, 80 plus garantiert, zwölf Gold-Spieler, drei davon selten! Äh, gib uns das Futter! Und wir sehen ein Kramaric, aha, aha, aha! Aber guck mal, dazu kann man eigentlich nichts Schlimmes sagen! Nur Spieler, ein reines Spielerset, immer nice, immer nice! Das für andere wird natürlich in liegen-SPCs gebannert und dann weiter gehofft, natürlich Team of the Years zu ziehen! Wenn es welche sind, dann werdet ihr auch vom Clipschannel auf jeden Fall erfahren! Gemischte-Spieler-Pack, kleines, feines Set, was kann da drin sein? Spanien, Torwart und ein Unai Simón! 83er-Rating, auch gut, nehmen wir mit, Atal, das einzige Duplikat! Und dann sollten wir schon beim letzten Set sein, war von den Top-Partinen! Gucken wir gerade nochmal hier durch, nee, das ist tatsächlich dann das letzte! So, das ist ein Prime-Elektro-Spieler-Pack, 80+, auch hier garantiert 12 Spieler, 6 Gold, 6 Silber! Schade! Also, tatsächlich der Anfang, das Beste gewesen mit dem Team of the Week! Und 83er-Korea, auch das reines SBC-Futter! Lasst mich gar wissen, Freunde, was war bei euch jetzt jetzt drin? Schreibt es doch rein in die Kommentare, ich hoffe, es hat euch gefallen! Lasst die mir da und damit bis zum nächsten Clip! Ciao, Leute! Ciao, Leute!